herzlich willkommen zu diesem neuen video schaltet ihr jetzt diesen video an und lasst ein like da und ein abo da und jetzt starten wir ihr heiß auf youtube josepe brotus pavone wenn ihr diesen neuen video gefällt lasst ein like da unbedingt und ein abo da jetzt schalten wir diesen video herzlich willkommen leute zu diesem neuen video christen palace vs fc liverpool eine stufe nach höher christen palace ist so christen palace ist nach unten also christen palace spielt immer schlecht und christen palace spielt immer gut also christen palace ist immer so mittel einmal spielt christen pelle schlecht einmal gut einmal schlecht christen palace gewinnt man verliert man gewinnt man verliert man ja christen palace ist so unterschiedlich verlieren sie einmal verlieren sie gewinnen sie ja es ist alles und leute ja es ist einfach so also christen palace weiß nicht wie sie spielen also die ganze mannschaft spielen und sie können einfach nicht dass das dass sie wollen also christen palace will etwas wo sie nicht wollen also christen palace kommt einfach ins spielfeld und dann kletzt ins spiel und leute herzlich willkommen zu diesem neuen video christen palace liverpool ist in die saison richtig gut gefahren nach der bittere unentschieden gegen fullham ich muss sagen es ist peinlich gewesen aber fullham hat müssen die punkte unentschieden also christen also christen also ja fulham den unentschieden ja auch jetzt den punkt fulham ist ein bisschen besser in freminik gestalt also ein bisschen besser gespielt in dieser saison okay cool fulham ein bisschen besser also christian palace verliert hoch und munter ich habe in den ersten ich habe in den ersten halbzeit gesehen wollen wir denn wollen wir das wollen wir das verarschen und ja zuerst ja ich habe das in unter football gesehen und übrigens link in beschreibung steht unter football die besten app den ganzen kontinent europa asien oder was auch immer dort gut in norwegen japan tunesien afrika alles was es gibt und auch es gibt auch international clubs und international länder zum beispiel internationale clubs als champions league europa league es gibt alle die pokale die meisterschaft und die könnte auch ihr könnt ihr auch unter football und ihr könnt da unter football leben lieben also unter football gibt es auch lieblingsverein und lieblings nationalmannschaft ich habe zum beispiel also ich habe ausgesucht juventus turin lieblingsverein und nationalität also nationale mannschaft italien das sind die zwei ja ich könnte da klar auch selber entscheiden es gibt natürlich auch vier liga lieblingsverein dritte liga vier liga oder also dritte liga fünfte liga es gibt auch ein englische liga ich könnte euch beispiel fullhelm eure lieblingsmannschaft oder auch ein zweiter liga oder könnte auch championship zweiter liga england dritte liga vierte liga oder fünfte liga also immer heute geht zum liverpool liverpool führt der 1 0 gegen christian palace und da kommt das 2 0 von liverpool 3 0 für liverpool 4 zu 0 liverpool also steht 4 zu 0 für fc liverpool in der ersten halbzeit weiß ich nicht wie viel steht aber sehr um 3 0 und da kommt das 4 zu 0 von liverpool und dann 5 zu 0 so liverpool vierte mal 5 zu 0 gegen christian palace stellen wir mal das vor in auswärts 5 zu 0 und da kommt das 6 zu 0 von christian palace leute ach du schande und dann kommt 7 zu 0 liverpool gewinnt 7 zu 0 gegen christian palace wie kann man solche dinge machen also niemand schafft niemand schafft 7 zu 0 und wenn sie die gewinnt auch und ja und das ist diesem video ende like da ein abo da vergesst du meinen youtube kanal zu abonnieren da kommen jeden tag videos und auch nicht videos eigentlich kommen auf meinem youtube kanal nur juventus videos eigentlich kommt nur juventus videos und wann ja ihr könnt ihr unten kommentare schreiben welcher euer welcher euer lieblingsverein ist schreibt mal also schreibt ihr jetzt mal in die schreibt mal jetzt in die kommentare nach oben also schreibt ihr jetzt unten in die kommentare welcher welcher verein ist euer lieblingsverein ihr unten und ihr unten link den button und letzten video auf meinem kanal schauen peace